Sehr geehrte liebe Frau Leuterser-Schnarrenberger, sehr geehrte liebe Didi-Bürger, lieber Volker Begg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie uns die Uhr gedanklich sieben bis acht Jahre einmal zurückdrehen. Die Zeit ist mittlerweile so schnelllebig geworden, dass bestimmte Ereignisse in den Hintergrund treten. Die Welt des Jahres 2014 sah alles andere als gut aus. Im Frühjahr besetzte Russland völkerrechtswidrig die ukrainische Krim. Im Sommer ermordete der IS im Irak tausende, vor allem männliche Jesiden, verschleppte und versklavte jesidische Mädchen und Frauen. Im Jahr 2015 wurden zur Unterstützung des syrischen Machthabers Assad Oppositionsgruppen, ich rede nicht vom IS, mit Hilfe Russlands bombardiert. Und was dürfen wir in dem 2015 erschienenen Buch Apartheid Israel lesen? Ich zitiere, Meine Damen und Herren, hier wird also die Besetzung der palästinensischen Gebiete als der größte moralische Skandal und der größte Akt der Feigheit des letzten halben Jahrhunderts bezeichnet. Ich frage mich, wie kann man in seinem Hass so fixiert sein auf ein Land? Meiner Meinung nach sind in dieser Textstelle hierdurch die drei Ds, welche für Dämonisierung, doppelte Standards und Delegitimierung stehen erfüllt und die Ausführungen ganz klar antisemitisch. Als ich mich im Frühjahr 2020 den Zweifeln anschloss, ob der Autor dieser Zeilen, Sie haben es sicher erkannt, es handelt sich um Achille Mbembe, der geeignete Redner zur Eröffnung der Ruhr-Triennale sein könne, gab es eine der größten Debatten über Antisemitismus in der Kunstwelt der letzten Jahre. Viele hier im Raum haben mich damals öffentlich unterstützt, wofür ich mich von hier aus auch noch mal ganz ausdrücklich bedanken möchte. Und in diesem Jahr, also nur zwei Jahre nach der sogenannten Mbembe-Debatte, bescherte uns, wie bereits erwähnt, die Documenta 15, nun einen der größten Kunstskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ich möchte eines vorwegnehmen. Diejenigen, die mich auch persönlich kennen, wissen, dass ich ein großes Herz für Kunst habe, sei es natürlich die Musik, aber auch das Theater oder die bildende Kunst. Aber was wir in diesem Jahr in Kassel sehen mussten, hat auch mich schockiert. Ich habe es nicht für möglich gehalten, welche Kunstwerke bei einer durch öffentliche Gelder finanzierten Ausstellung zu sehen sein würden. Seit den ersten Hinweisen, Frau Leutheiser Schnarrenberger, Sie haben es ja eben erwähnt, im Frühjahr auf möglicherweise antisemitische Inhalte der Documenta hatten viele Menschen große Sorgen, auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Und ich wäre froh gewesen, wenn wir uns diese Sorgen umsonst gemacht hätten. Die deutsche Öffentlichkeit musste jedoch feststellen, dass die Warnungen zu Recht ausgesprochen wurden. Auf dem überdimensionalen Werk People's Justice waren Bilder zu sehen, wie wir sie aus dem Stürmer kennen. Und ich habe mir auch wirklich einmal die Mühe gemacht, die eine oder andere Karikatur dieses Hetzblasses der Nationalsozialisten anzuschauen. Und zwischen den herabsetzenden Darstellungen der Juden durch die Nationalsozialisten auf der einen Seite und den Darstellungen der Juden auf diesem Werk in Kassel auf der anderen ist für mich wirklich kein großer Unterschied zu erkennen. Auch wenn das Werk in der Vergangenheit an anderen Orten der Welt, wie ja bereits erwähnt, etwa 2002 im australischen Adelaide oder 2019 in China ohne Widerspruch gezeigt wurde, ist das für mich keine Rechtfertigung. Das Künstlerkollektiv Taring Padi äußerte sich hierzu, dass es aus den Fehlern gelernt habe. Ihre Bildsprache im historischen Kontext Deutschlands habe eine spezifische Bedeutung bekommen. So die Erläuterung. Aber meine Damen und Herren, nein, diese Bilder sind wirklich eindeutig und unmissverständlich. Sie sind antisemitisch, ob nun in Kassel, in China oder in Australien. So etwas darf nirgendwo hängen. Meine Damen und Herren, es ist natürlich aber auch nicht so, dass nun die Künstlerkollektive Juan Grupa oder Taring Padi Jüdinnen und Juden direkt bedroht hätten. Auch die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität in Deutschland sprechen ein eindeutiges Bild. 85 Prozent der antisemitischen Straftaten des vergangenen Jahres sind dem Phänomenbereich rechts zuzuordnen. Aber sollen wir nur deswegen den Antisemitismus der anderen Bereiche tolerieren und dagegen nicht das Wort erheben? Hatte der Attentäter von Halle nicht genau solche verzerrten Bilder von Jüdinnen und Juden im Kopf, wie wir sie in Kassel gesehen haben? Ich bin mir sicher, hätte ein Kollektiv von Rechtsextremisten Stürmerkarikaturen nachgezeichnet und diese präsentiert, wäre ein Sturm der Entrüstung durch unser Land gegangen. Ich verwehre mich auch gegen den Vorwurf, dass Deutschland mit dem Finger auf den sogenannten globalen Süden zeige. Deutschland ist längst eine Einwanderungsgesellschaft geworden, in der auch die Erinnerungskultur multidirektionaler wird. Es ist doch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Gesellschaft hierzulande mit den Perspektiven anderer Länder und mit pluralen Sichtweisen auch hier beschäftigt. Ich finde es jedenfalls wichtig, dass die Diskussion über die Documenta jetzt geführt wird. Es war ein schweres Versäumnis Ihrer Leitung, dieses Gespräch nicht schon vorher zu führen, vor allem nicht nur über Jüdinnen und Juden zu sprechen, sondern auch mit Ihnen. Dieser Ansatz, diese Gelegenheit ist leider versäumt worden. Und hier ist vor allem natürlich auch der Zentralrat der Juden in Deutschland ein wichtiger Ansprechpartner. Mit Blick auf die Äußerungen des Übergangsleiters Fahrenholz im Sommer, dass man keine Kontrollinstanz sein möchte, bin ich etwas skeptisch. Ich bin mir jedoch sicher, dass die Strukturen der Documenta 16 andere sein werden, andere sein müssen, als die der Documenta 15. Diese beiden exemplarischen Fälle zeigen, wie wichtig es ist, dass der Deutsche Bundestag vor dreieinhalb Jahren mit großer Mehrheit die sogenannte BDS-Resolution verabschiedet und deutlich Farbe bekannt hat. Dort können wir klar und deutlich lesen, die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung sind antisemitisch. Der Bundestag verurteilt die Boykottaufrufe der BDS-Bewegung und fordert gleichzeitig, dass diese nicht finanziell gefördert wird. Das war und ist ein wichtiges Zeichen bis heute. Ich bin dem TIGWA-Institut und der Friedrich-Naumann-Stiftung sehr dankbar, dass Sie diese Problematik mit der heutigen Tagung thematisieren und hierfür sensibilisieren möchten. In den nächsten beiden Tagen werden Sie gemeinsam nach Möglichkeiten und neuen Wegen suchen, damit sich die Ereignisse rund um die Documenta oder die geplante Eröffnung der Ruhetrainale nicht wiederholen. Wichtig ist dafür ein offener Meinungsaustausch mit dem Ziel, der BDS-Resolution des Deutschen Bundestages zur Durchsetzung zu verhelfen. Vergessen wir bei der Diskussion nie die Empathie und den Blick auf all diejenigen, die auch heute noch Opfer antisemitischer Anfeindungen werden oder auf eine von Gewalt geprägten Familienhistorie zurückblicken müssen. Wir sind und werden mit Israel immer in einer besonderen Weise verbunden sein. Meine Damen und Herren, die Publizistin Mirna Funk hat den Sturm der Entrüstung aus bestimmten Bereichen der Gesellschaft nach der BDS-Resolution des Deutschen Bundestages, wie ich finde, treffend zusammengefasst. Selbstverständlich lassen sich die Deutschen ihre Kritik an Israel nicht verbieten. Aber noch schlimmer wird es für sie offensichtlich, wenn sie für diese Kritik nicht mehr bezahlt werden, denn darum geht es ja eigentlich in dem Bundestagsbeschluss. Dem TIGWA-Institut und auch der Friedrich-Naumann-Stiftung möchte ich auch in diesem Zusammenhang dafür danken, dass es jetzt diese notwendige Debatte fortführt und auch ein Fortbildungsprojekt anbietet, welches Personen, die im öffentlichen und privaten Kulturmanagement arbeiten, für Antisemitismus sensibilisiert. Ein ähnliches Projekt bietet demnächst auch das Institut für neue soziale Plastik aus Brandenburg an. Wir müssen einen guten Weg finden, wie wir in Deutschland mit der weiten internationalen Verbreitung von israelbezogenem Antisemitismus im Kunst- und Kulturbetrieb umgehen. Ich wünsche mir und hoffe, dass diese Tagung Lösungsansätze entwickelt. Sie sind dringend notwendig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.